Radio 3 fach Hast du schon mal eine richtig krasse Sportart ausprobiert? Ich gehe heute in ein Training vom Eishockey Club Luzern und ich habe richtig Panik, dass ich mir ein Rippe breche. Weil ich meine... Ist es nicht extrem gefährlich? Nein, eigentlich gar nicht. Man kann es selber ein bisschen einteilen oder besser gesagt, man kann mehr oder weniger aggressiv spielen. Aber bloß und ganz nicht mehr als ein anderer Sportart. Gefährlich, ja. Ich denke schon, in jedem Sport ist das gefährlich. Und wie gesagt, Eishockey ist trotzdem immer noch brutal. Hast du schon? Nein, Sportart. Ich habe einfach mal Spass. Probier, wie es geht. Wir haben sicher ein wenig Erbarmen mit dir. Aber es kommt schon gut. Und dann kommen sie Pass vom Trainer hin. Nein, drei wieder zurück. Pass, Pass, Schuss. Okay? Okay. Schon eine Bereicherung gewesen, oder? Was weisst du, Luca? Ja. 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 Ja, ich habe schon zu viel gefühlt. Ich denke mal gut. Mach auf. Ja. 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 Ich bin mir. Ja. Ja. Ich bin mir.